Wenn Stärken, Schwächen sind. Und wenn Schwächen, Stärken sind. Ein scheinbarer Widerspruch oder eine Verwirrung am Anfang. Und Verwirrungen sind immer ganz gut, weil dann denkt man nicht zu viel einseitig nach. Was ist das, wenn Stärken, Schwächen sind? Ein Mensch, der immer nur stark sein will und immer nur stark sein muss. Der immer nur dazu getrieben ist, sein Leben lang erfolgsorientiert zu sein und Erfolg, um jeden Preis zu haben. Also dieser berühmte Narzisst oder eine narzisstische Haltung, jetzt ungeachtet der möglichen Psychopathologie, sondern das ist ja auch ein Gesellschaftsphänomen, immer wieder auch, dann wird das sehr einseitig. Dann muss ich immer der Gewinner sein. Und wir erleben das gerade so bei einem Verlierer, der tatsächlich nicht wahrnehmen will, dass er verloren hat, weil er gewohnt ist, in seinem Leben immer Gewinner zu sein. Und das ist natürlich dann durchaus ein mehr oder minder starkes Problem. Also stark ist natürlich wichtig, ein Attribut, das wir alle brauchen. Wir brauchen immer wieder Stärken, um überhaupt das Leben meistern zu können, um das Leben auf die Reihe zu bringen, um Dinge überwinden zu können, wirklich überwinden zu können, buchstäblich. Also jemand, der sich nicht bemüht und jemand, der wirklich auch die Stärke nicht hat, etwas zu schaffen, der hat natürlich Probleme. Auf der anderen Seite gibt es den Schwachen und der schwache Mensch oder der scheinbar schwache Mensch oder auch wirklich der schwache Mensch. Der Mensch, der nur Bedürfnisse hat, der bedürftig wirkt. Der wirkt so bedürftig, und ich kenne einigen Menschen davon, wenn du denen begegnest, dann denkst du immer wieder, mein Gott, die muss ich auf jeden Fall umarmen oder da muss ich ein gutes Wort sprechen oder ich traue mich ja schon gar nicht mehr, denen irgendetwas zu geben, weil das peinlich ist, weil das mir persönlich peinlich ist, weil sie so bedürftig wirken, als Mann oder als Frau. Das geht also quer durch. Und dann denke ich auch, das ist eine Einseitigkeit. Und bei beiden dieser beschriebenen Formationen, dieser absoluten Stärke und dieser absoluten Schwäche, stimmt irgendetwas nicht. Diese Menschen sind möglicherweise in irgendetwas stecken geblieben. Da ist es nicht weitergegangen. Da haben sie nicht die Stärke vollkommen ausgekostet und sind auf dem Höhepunkt abgegangen und haben die Bühne verlassen und umgekehrt bei der Schwäche genauso. Da sind sie immer in der Bedürftigkeit drin geblieben. Und insofern kann beides relativ schnell kippen in diesen einseitigen Zuständen. Ich kann nicht immer Stärke haben im Leben. Und wie viele Menschen kenne ich, die daran wirklich zugrunde gehen, durch diese absolute Härte und Stärke, die sie gegenüber sich zeigen und anderen Menschen zeigen, die sie einfordern, die sie durchpeitschen und all diese Geschichten und dabei über buchstäblich Leichen gehen. Wie gesagt, auf der anderen Seite auch diese Schwachen, die ewig schwach sind und auch schwach gehalten werden in ihrer Bedürftigkeit. Und wir haben ja alle eingebläut bekommen im Religionsunterricht, oder Gott weiß wohl, die Philosophie unserer Eltern, unserer Gesellschaft, der Moral, dass wir den Schwachen helfen müssen. Wir müssen ihnen helfen. Der St. Martin, berühmtes Beispiel. Das heißt, wir sind darauf konditioniert, psychologisch darauf konditioniert, dann Hilfe leisten zu können, auch wenn die Hilfe vielleicht gar nicht verlangt wird. Das kommt ja auch noch hinzu. Das mentale Problem, und nur darum geht es mir hier, diese mentale Herausforderung, um als Mensch wachsen zu können, um wirklich sich entwickeln zu können, um das Potenzial dieser unendlichen Möglichkeiten, die wir als Menschen haben, schöpfen zu können, bedeutet, wenn ich stark bin und mich als stark empfinde, und jeder von uns kennt das Gefühl. Es gibt immer wieder Perioden, wo du dich sehr, sehr stark fühlst. Glücklicherweise halten die, oder natürlicherweise halten die nicht ewig an. Sondern du bist dir vielleicht dessen bewusst, jetzt ist eine absolute Stärke da, und wenn jetzt irgendwo etwas kommt, was mich zum Fallen bringt, dann ist diese Stärke nicht mehr da. Du kannst jeden Tag einen Unfall haben, du kannst jeden Tag, Gott weiß was, bekommen, wo auch immer es herkommt, beim schnellen Autobahnfahren, oder Gott weiß woher, wo du dann schwach wirst. Das heißt, du bist dir gerade in deiner Stärke auch deiner tiefsten, gründigsten Bedürftigkeit bewusst. Und insofern wirst du deine Stärke nicht übersteuern, und du wirst aus deiner Stärke nicht einen Selbstläufer machen. Du wirst sie nicht standardisieren, du wirst sie nicht industrialisieren, du wirst sie nicht um jeden Preis durchsetzen, sondern du hast eine tiefe Empfindung in dir für deine gleichzeitige Schwäche. Und umgekehrt genauso diese Schwäche, die wir uns leisten, und jeder von uns kennt diese Schwächemomente, also sei es bei einem banalen grippalen Infekt oder bei einer anderen Krankheit oder sonst irgendwo im Leben, wo man deprimiert ist und depressive Phasen hat, wo man sich schwach fühlt, geradezu buchstäblich schwach. Du kannst noch nicht mal reden, du bist fast mutistisch. Du kannst dich kaum aufraffen, um aus dem Haus zu gehen. Du kannst dich nicht mehr überwinden, obwohl du gelernt hast, dich immer wieder zu überwinden auch. Und das ist natürlich bei der Schwäche auch wichtig, sich immer wieder überwinden zu können. Aber, und ich möchte es noch mal betonen, von deinem Bewusstsein her, in diesem Zustand dir bewusst bist, dass du dich der Talsohle deiner Schwäche annäherst. Und dass du spürst, es wird immer schwächer und schwächer. Natürlich könntest du verhungern und das, das meine ich natürlich nicht, oder ein medizinisches Problem auftauchen, dass das geregelt ist, versteht sich von selber. Es geht hier um das rein mental, ich kann nicht mehr, aber ich koste das vom Bewusstsein her vollkommen aus. und merke, jetzt kommt ein Wendepunkt in der Schwäche. Und dann merkst du, es geht jetzt andersrum los. Es kommt irgendwie eine Erkenntnis, meinetwegen ein Hoffnungsschimmer, eine Möglichkeit, eine Wurzel, ein kleiner Punkt, ein kleiner Lichtstrahl, egal was das ist, wo du merkst, jetzt geht es wieder andersrum. Und jetzt bist du wieder dadurch stark. Aber Achtung, du bist durch die Schwäche, die du vollkommen bewusst erlebt hast, wieder stark. Und du kannst nur wieder stark werden, wenn da die Schwäche ist. Stärke und Schwäche gehören also zusammen. Sie sind unabdingbar. Sie sind wichtige Pole unserer Existenz. Stark sein und schwach sein sind eine Einheit. Wenn du jemanden liebst, dann fühlst du gleichzeitig, um dieses Beispiel zu bringen, das ist ein sehr gründiges Beispiel in unserem Leben, dann spürst du diese wahnsinnige Hingabefähigkeit und gleichzeitig diese Schwäche in der Abhängigkeit von dem Anderen. Du spürst sie. Du lässt es geschehen, sonst kannst du nicht lieben. Sonst ist das nicht möglich. Und du bist da vollkommen bedürftig in dem Moment. Und dann wird dir etwas geschenkt von dem Anderen. Egal, ob Mann oder Frau. Dann nimmst du das in deiner Schwäche. Und umgekehrt wächst dadurch wieder etwas in dir und du bist stark und der Andere wird schwächer. Und so geht es immer wieder hin und her. Mal stärker, mal schwächer. Wenn sich beide nur stark zeigen und stark zeigen wollen und messen und in Konkurrenz sind und Probleme haben, wird diese Beziehung nicht gelingen. und umgekehrt genauso wenig, wenn sie alle beide schwach sind, wird es genauso wenig da sein. Das ist ein schönes Beispiel im Beziehungsleben, im Liebesleben von uns Menschen, das erkunden zu können, diese Stärken und diese Schwächen, diese Bedürftigkeit und diese, oh, ich bin so stark, ich gebe dir jetzt etwas, ich schenke dir etwas von ganzem Herzen und mit aller Stärke und mit aller Kraft, die ich habe. Also, sei dir stets bewusst, dass in der Stärke das Potenzial liegt, eine große Schwäche zu haben, in der Stärke eben das Potenzial liegt, auch eine große Schwäche haben zu können und gleichzeitig in der großen Schwäche das Potenzial der Stärke, der großen Stärke wiederum verborgen ist. Das ist wie das Yin-Yang-Zeichen, das jeder von uns wahrscheinlich kennt. dieses Ding, dieses Schwarze und dieses Weiße, diese Welle, die in dem ist und das eine ist im anderen. Das ist die Natur der Dualität. Das ist die Natur der Polarität und eines nährt das andere. Das eine ist ohne das andere nicht vorstellbar. Wir sind nicht vorstellbar in einer Stärke, wenn wir nicht gleichzeitig die Schwäche kennen und das heißt nicht, dass wir die Schwäche verachten und das ist ja das, was häufig passiert bei Menschen. Sie verachten die Schwäche, weil ein Schwächling gehört sich nicht, ein Mann ist nicht schwach, eine Frau ist nicht schwach und dadurch laufen sie in diese Einseitigkeit hinein, die sie natürlich nicht immer halten können und immer bedienen können, weil sie hängt von ganz anderen Dingen ab, als wir als Menschen glauben oder als wir auch als Menschen tatsächlich verantworten. Ich will damit auch sagen, dass Stärke und Schwäche durch etwas Umfassenderes bedingt sind, was auch immer das ist. Das ist eine Tagesform, eine Zeitform, eine Zeitqualität, ein Transit, wenn du so denkst. Es fängt von verschiedenen Faktoren ab, von Jahreszeiten, von sehr, sehr, sehr vielem, das wir gar nicht summieren können und das sich letztendlich auch nicht lohnt zu summieren, weil wir schnell den Überblick verlieren würden. Es geht hier nur um das fühlbare Phänomen der Stärke, der starken Stärke, die du tatsächlich empfinden darfst und sollst, aber die in der Bewusstheit bist. Sie hat ihren Wellenhöhenpunkt und dann kommt was anderes oder gleichzeitig ist da auch die Schwäche. Du kannst nur Höchstleistungen vollbringen, wenn du gleichzeitig auch schwach bist und umgekehrt. Du kannst eben aus der Schwäche Gott weiß was schöpfen. Ein Urknall schöpfen geradezu, der aus der Schwäche, aus dem absoluten Nichts, aus dem Leersein, aus dem Nichtigsein etwas Neues entsteht. Insofern gilt zum Beispiel auch dieser Bibelspruch, am Ende sind dann diejenigen, die vollkommen unbedarft sind und die schwach sind, die starken und umgekehrt. Es ist also eine starke Dynamik, das ist ja der Punkt, eine starke Dynamik dieser Energien und dieser Zustände. Und insofern, um es ganz profan zum Abschluss zu sagen, erlebt jeder Mensch immer wieder starke Phasen und schwache Phasen in seinem Leben, wissend, dass nichts von beidem stets anhalten wird, sondern dass sich das stets wandelt und immer wieder verändert. Das ist ja der Punkt. Das ist ja der Punkt. Das ist ja der Punkt.